Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel mit dem anderen und dem anderen und da sind noch zwei dabei. Du hast den anderen vergessen, der ist auch noch da. Nein, nee, das waren fünf. Das waren alle, aber ihr wisst ja Dexter, ne, das ist nicht so der Hellzimmer. Ja, der hat den falschen Namen gesagt. Hilfe, 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 Wollo schießt auf mich. Der heißt nicht der da, sondern der andere. Hilfe, Wollo schießt auf mich. Cornel hat überhaupt keine Ahnung, mit wem er spielt. Ey, Wollo schießt auf Cornel. Die Runde geht noch nicht mal los, Mensch. Nee, ich will gleich das Pipeline vorbei und ich will dir den Kugel in den Kopf raten. Nee, ich bin der Nusser, ich gehe. So, wunderschöner Ego, ganz klar. Was denn? Aua. Wow. Dexter, schießt auf mich. Er schießt hier. Oh, da schießt einer. Der hat geschossen. Dexter war Traitor. Ja, Dexter war Traitor, ich habe ihn überprüft. Hä? Nein, hast du nicht? Hast du nicht? Wie Cornel ist es? Nein. Ich habe es nicht gesehen. Nein, hat er auch nicht, so zu zwei Tab auftauchen. Kann ich das nochmal machen? Ja, irgendwie geht das, ne? Ich habe, ich klicke drauf. Wow, wow, wow. Wer wurde da gekillt? Okay, okay, okay. Der, der jetzt in den Turm läuft, der ist Traitor. In welchen Turm denn? Wo gibt es einen Turm? Ja. Da oben. Das ist doch ein Turm. Wo bist du denn? Wo siehst du einen Turm? Okay, einer von euch beiden oder beide. Ja, okay. Wollo. Ja, komm. Wollo schießt? Ja. Scheiße. Boah, so eine Sau-Runde, ey. Wir haben gewonnen. Voll, du dreckiger Hund. Ja, richtig dreckig. Warum? Ich hätte mir noch so einen Sniper gebracht. Hast du mich genau scoped? Ich hätte keine Scope. Ich hatte keine Scope. Ich hatte keine Scope. Ich hatte keinen Sniper. Okay. Kannst du keinen Sniper haben, wenn du kleiner bist? Keine Skyper. Das war fünf Sekunden, nachdem es losging. Ich wurde ja direkt umgebracht. Man muss die Chance nutzen, ne? Ja. Ist einfach so. Aber echt, ey. Die hat er auf jeden Fall genutzt. Ja, er ist ja weg. Er hat ja gesagt, wenn ich jetzt wieder bin, dann schieße ich dir das direkt eine Kugel im Kopf. Dann dachte ich mir, okay. Ja, dann habe ich gesagt, ich bin in uns, weil ich gehe. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier einfach nie Waffen. Ja, das ist tatsächlich... Hilfe, Hilfe! Ich bin hier rein gesprungen. Ich dachte, vielleicht gibt es hier eine Waffe. Warte mal, warum lacht ihr? Kommt der einfach durchs Fenster. Unglaublich. Der kann fliegen, der ist greater. Durchs Fenster im ersten Stock. Ach so. Er kann extra hoch springen, Dexter. Das ist ein neuer Move. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug-using auf der Map. Hä? Ich bin halt voll der Pro. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe noch keine Waffe gefunden. Das ist ein bisschen uncool. Ich auch nicht. Kann man den Fogen an. Dexter guckt mich so an. Ich tucke es so an, weil du die ganze Zeit mit der Crowbar rumrennst. Und ich warte nur darauf, dass du in ein Traitor-Menü gehst. Ja, würde ich gerne. Hätte ich wenigstens ne Waffe. Wieso hast du eigentlich ne Waffe? Was hat der für ne Waffe? Was hat der für ne Waffe? Ich bin da oben im Haus gebunden ab, mein Freund. Was hat der für ne Waffe? Würdest du mich jetzt mit der Crowbar angreifen? Die Erfolgsaussichten sind nicht so hoch. Wenn wir noch ein bisschen länger hier stehen bleiben, kriegen wir auf jeden Fall unseren Headshot. Also ich glaube, Dexter ist kein Traitor. Der hätte mich schon erschossen. Lass hier auch oben. Ich bin hier, ja. Sag mal. Cornel, warum so still? Ich hatte gerade einen Sniper geschossen. Ja, ich hatte auch Versehen geschossen beim Wechseln der Waffe. Aus Versehen. Ja. Beamster, was ist denn mit dir? Willst du den Kopfschuss? Wer kommt dir die ganze Zeit? Willst du den Kopf? Kannst du den Gebrauchen? Hilfe! Beamster! Hä? Ey, der schießt auf mich. Verbiß dich, verbiß dich. Ja, ich will doch. Alter. Ich glaube, Cornel nicht. Hilfe! Aua! Boah! So ärgerlich. Da hinten geht voll die Action ab und ich habe noch nicht mal eine Waffe. Boah, wenn ich Sniperen könnte. Brakely, du wärst tot. Ohne Witz. Oh, ich habe eine Waffe. Eine normale Pistole. Cool. Immerhin. Ist der zweite Traitor noch am Leben? Also Brakely ist Traitor, ne? Weil ich es nicht mitbekommen habe. Dreamster, lebst du noch? Nein. So. Cornel ist auch tot, soweit ich weiß. Ich denke mal, Dreamster war Traitor, weil Cornel so rumgeschrien hat. Ne, ja, scheinbar kein Traitor war, weil er mit Brakely umgebrattert hat. Dann habe ich das richtig aufgenommen, Brakely. Das hast du sehr richtig aufgenommen, ja. So, das heißt, Wollo und ich sind hier noch gegen einen. Wollo? Du bist noch da, ne? Ach, nee. Ach, nee. Ey, ich will nicht. Das soll nicht immer auf mich ankommen, wir. Ich habe keinen guten Tag heute. Geh weg, Brakely, ohne Witz. Komm doch her. Bitte. Oh, ich muss hier weg. Dreamster lebt auch noch. Was? Du kleiner Hundesohn. Verwacht. Scheiße. Ah, da kommt er nur mit dem Kopf raus. Asozial, ey. Oh, nee. Abgeprallt, ey. Scheiße. Warum bin ich so schlecht? Yes! Ja! Nein! Geil. Das ist unglaublich. Ich habe so ein Pech. Weißt du, er ist Dreamster. Das war schön. Den konnte ich einfach mal so mit drei Schüsse wegnatzen, weil er sich das angeboten hat. Und Brakely versteckt sich dann wieder so, ey. Da habe ich noch keine Chance. Ich war voll im Sandwich, ey. Was? Das hat Spaß gemacht, ne? Nee. Da hatte der Kohl Spaß. Ich habe aber erst nach meinem Tod realisiert, dass sie unter anderem Deckel standen. Ich dachte die ganze Zeit. Aber ich kann jetzt Molo nicht verstehen, warum er die Silence-AVP so mag, ey. Die ist so geil. Ja. Besseres geht gar nicht. Ich wollte ihn gerade mal bei Dexter ausbinden, da war ich schon cool. Und ich darf sie schon wieder nicht kaufen. So muss es sein, ey. Wer ist hier bei mir? Ich will eine Waffe. Ich will eine Waffe. Wer ist hier bei mir? Ja, ich habe die Deagle bekommen. Oh, Pisser, ey. Jetzt gibt es hier nichts mehr. Jetzt suche ich hier drei Stunden Waffen. Ja, wenn ich könnte, würde ich es tun. Ach, du ein Dreamster läuft da lang. Wenn ich tot bin, wenn du ein Sniper oder nicht? Tu jetzt nicht so, als ob wir unschuldigen sind. Lass mich, das ist meine Sniper. Ah, Pisser, ey. Tu nicht so. Der grüne Indus den Button lügt nicht, der Dreamster. Der lügt nicht. Da liegt gar nichts, Cordel. Was suchst du denn hier, Dreamster? Ich habe die doch. Was soll ich dir denn opfern? Ja. Gib mal her. Komm, Cordel, gib mir die Waffe, bitte. Du gibst also zu, dass du Traitor bist. Nein, aber ich suche nach Opfern. Du suchst was? Ich suche nach Opfern. Wer ist denn jetzt noch hier? Brakely. Ja, ich bin noch hier. Es wird mir ein bisschen voll hier, Leute, ey. Okay. Weißt du, ihr wart doch gerade auch das scheiß Traitor. Nein, ich bin es nicht. Ich weiß, ich habe dich nur gesehen. Woher weißt du, dass Brakelys ist? Ja, laut. Woher weißt du das? Ja, weil er Traitor ist und da sieht mit dem T. Ja, das frage ich. Denk ich mir auch gerade. Ich habe das im Instinkt. Beepstar? Warum hat Con eigentlich Hilfe gerufen? Con, bist du noch da? Okay, ich denke mal, Wollu ist es, weil sie das einzige... Hallo, euch. Beepstar, schießt auf mich. Beepstar, schießt auf mich. Da, 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 da. Oh, die Traitor sind gerade voll. Wollu, du warst auch Traitor? Ja, ich habe zwei Kills, Mann. Wir haben zusammen gewonnen, das ist ja unglaublich. Ja, Wollu hat mich richtig verarscht. Was? Dexter war auch Traitor? Ja. Ach, du Scheiße. Hätte ich auch nicht gedacht, weil... Hätte ich schon oft erlegen können. Oh, das hat Spaß gemacht, ey. Dieses auf andere Regime ist am witzigsten. Und die glauben nicht an alles. Der Wahnsinn. Ja, ich glaube auch, dass Reefs ein Traitor ist. Ja. Also, ich sehe ja keinen Tee, aber okay. Ja, Preparing. Ich stecke in der Wand fest. Ich bin in der Wand gespawnt. Ja, das ist gut. Na, cool. Okay, Wollu ist schon mal aus dem Gefecht gesetzt. Ein Traitor weniger. Innocent. Ich bin Innocent und stecke in der Wand. Und vor mir liegt eine Waffe. Ich kann die Waffe nicht nehmen. Komm, ich kann hier nicht weg. Was ist das für ein Scheiß? Wo willst du denn? Mach mal ducken und springen. Wo ist denn, Wollu? Ja, mach ich. Ducken und springen, das bringt nur Lein. Nein! Nein! Hüter! Ich laufe hier rum und dann kommt so eine Leiche geflogen, ey. Dexter, hast du denn getötet? Nein! Dexter? Dexter, ich schwör dir. Cornel, ich hau dir aufs Machen. Cornel, Traitor! Ich entschuldige mich bei allen, die das jetzt hier sehen. Aber ich kann halt nichts anderes zeigen als die Wand. Wo bist du denn? Ich bin am Strand. Keine Ahnung. Da ist ein kaputtes, kleines Boot. Ich komm da mal hin. Und vor mir liegt eine Waffe und ich kann sie nicht einsammeln. Das ist ein bisschen gar nicht. Dexter schiebt doch nicht auf ihn. Oh, was ist das für ein Scheiß? Warum spawne ich an einem Punkt, an dem ich nicht weg kann? Nicht auf ihn schießen. Okay. Wollu, ich bin ja am Strand an einem Boot. Nein, du bist aber noch falsch. Ja, warte, ich bin nicht bei ihm. Ich bin falsch. Ich bin nicht bei ihm. Spannend. Cornel hat also den Radar. Ach so. Kann ich mir auch holen. Stimmt, ja. Okay, da hinten bist du. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus, als ob ich nicht weggekommen bin? Warte, ich will das aufsehen. Ja, wenn du ducken und springen, ducken und springen. Mann, ich mach doch ducken und springen. Es passiert nichts. Warte, warte. Oh, niedergeknippelt. Jetzt ist er da noch, oder? Oh Mann, Leute, ey. Richtig Lachkrampf hier gerade. Wie Wollo da in der Felsspalte, ob ich die ganze Zeit umgucke, das sieht so geil aus. Oh Mann. Ja, was soll ich denn machen, Gilles? Wehe, Spawner. Es ist übrigens voll geil, dass man sich im Teamspeak per Shortcut muten kann, weil dann kann man noch ein bisschen das Geschehen kommentieren, während man schon tot ist. Ja. Oh ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Für alle. Ja, aber das ist ja kacke. Inspiration. Das mach ich nicht. Also ich hab mein Lachen aufgenommen. Ja, in der Aufnahme. Was soll man dazu sagen? Cornel halt. Aber ich hab echt noch genutet. Mit meinem Shortcut. Hat scheinbar nicht funktioniert, würde ich sagen. Hallo. Hallo. Gehen wir da runter? Ja. Nee, mach ich nicht. Ich weiß ja jetzt, wo eine Pistole liegt. Er trägt da ein Fahrrad mit dir rum. Ey, du hast mich damit ange... Was? Was? Du hast mir damit einen Schaden gemacht, Brakely. Oh, nee. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Das war ein ganzer Schaden. Brakely ist Traitor. Brakely hat sich hat mich mutmaßlich angegriffen. Brakely ist Traitor. Oh, da hat eine Seite ins AWP geschossen. Wo? Hallo, Cornel. Das war ich? Ich bin doch Traitor, oder nicht? Da hat gerade eine Seite ins AWP-Kugel. Brakely, ich bin hier. Was willst du von mir? Komm hierher. Alter, ich will eine Waffe. Ich hab nur eine scheiße. Wie, du hast... Brakely? Ich hab nur eine scheiße. Da hat gerade eine Kugel neben mir eingeschlagen. Eine Silence AWP-Kugel. Brakely, schieß. Brakely, schieß. Ach du, ach du, ach du. Ähm, Wallow, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, und... Die ist wahrscheinlich tot. Ich bin noch auf Waffensuche. Und Cornel... Cornel, bist du da? Warte, wenn ihr beiden noch da seid... Ach, Cornel. Erf Wallow, meine ich. Okay. Die saß schreien und da kommt der da runtergeklatscht. Ey, der Wahnsinn. Richtig geil. Ja, während dem Schrei war ich ja noch am Leben. Ja. Ich denke, ich bin mit Sechster allein, oder? Ich hab keine Ahnung. Wollte ich noch nicht. Die fänden sich nie. Nee. Die sind so nah, so nah und doch so fern, ne? Okay, das ist oben wahrscheinlich. Jetzt so eine romantische Musik drunterlegen. Und jetzt tun sie beide genau das gleiche wie gerade eben. Es ist so geil. Wieso? Ihr seid so dumm, wenn ihr euch seht. Und wir sehen alles. Haha, voll witzig. So. Hab ich euch mal wiedergegeben. Ich wollte da nicht runterspringen. Blimster, du bist ganz falsch. Steckst da ganz kalt. Geil. Ich hab ein Radar, Wollo. Halt die Schnauze. Ach ja, stimmt. Davon sieht man aber beim besten Willen, dass du ein Radar hast. Ja, weil der nächste erst sechs Sekunden ist. Das kann nur besser werden. Aber ich bin falsch vor. Das kann nur besser werden. Das ist ein guter Ansatz. Auf jeden Fall. Ah, ich hab Angst. Ich hab versagt. Du musst alles geben. Ich verkack eh. Ich glaube, du Hexer ist Traitor. Naja. Echt? Das muss es sein. Denkst du das, Wollo? Denkst du das? Hab ich so gedacht. Wer mal Traitor? Alles kann Bandsler werden. Nimm nur den Traitor in Ehre. Glanzleistungsmäßig gezeigt, was ich drauf hab. Ja, ich auch. Hast du mich gesehen, wie ich da runtergefallen bin, Hexer? Ja, sah richtig geil aus. Weißt du, ich lauf da rum, spiel tot, weil ich Traitor bin. Und dann kommt der da an und ich muss einfach lachen, Hexer. Wie kannst du tot spielen? Achso, weil du nicht redest. Achso. Knallt erst auf die Kante und fliegt dann da noch auf den Sand. Das war der Wahnsinn. Mit dem Schrei gepaart. Und in dem Flug hab ich noch geschrien, weil... Ja, da war ich ja noch am Leben. Ich wollte nur aufs Geländer, damit ich dich besser abschießen kann. Jetzt geht wieder die Suche los. Innocent. Inno. Inno. Innocent. Natürlich jeder hier. Wie immer eben. Es gibt nur einen wahren Innocent. Das bin ich. Es gibt nur einen wahren Innocent. Ein wahren Inno. Und das ist Wollo. Wieso verfolgst du mich, Bracky? Ich wollte nur einen Schatz machen. Bracky, Bracky. Da hinten. Wer seid ihr? Dexter guckt so ganz komisch um die Ecke. Ja. Und Dexter hat geschossen. Bracky schafft reinlaufen. Dexter hat geschossen. Dexter hat geschossen. Ich hab genau... Dexter hat geschossen. Sah so aus. Wollo ist Bracky garantiert. Ey, Wollo, wenn du mich noch einmal beschuldigst, ey. Ich hab doch gesehen, dass da gerade was aufgeblitzt ist. Ich hab nichts getan. Ich hab Angst vor Brechen. Oh. Mann, ey. Ja. Du hast jemand gestorben. Du mal bitte lieber vor. Wo seid ihr denn alle? Ey, wenn ihr beide das jetzt seid, dann sterbe ich jetzt. Nein, nein, nein. Untersuch ihn. Ich schieß dich nicht ab. Okay, Dexter, es ist... Oh. Dexter, okay. Scheiß Waffe, ey. Gut. Wo seid ihr überhaupt? Ich untersuch Dexter. Ich weiß gar nicht, wo die Party geht. Hallo? So, okay. Jo, dann wissen wir, wer es ist. Wer? Warum? Ronald, du brauchst... Du kannst es sagen. Du kannst uns alles sagen, was du willst. Wieso? Weil wir gerade den Schilder getötet haben. Ja, und? Vielleicht will sich einer von euch decken? Ja. Ich finde ja wirklich gerade sehr verdächtig, ne? Der will dich, glaube ich, den... Der ist es, glaube ich, nicht. Sonst wäre er doch schon lange weg, beim Fenster. Außer er hat so eine krasse Taktik. Du weißt, was du für einen Gegner mit mir hast, ne? Natürlich. Ich komme jetzt hoch hier. Wo seid ihr denn? Wie, du kommst hoch? Und dann ist hier Samba-Tanz. Scheiß! Krasser Typ. Wo denn? Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich würde sagen, ich würde sagen, hallo. Für den nächsten Part in Team Room. Wie die Ninja-Turtles und dann... Nicht in Team Room? Tschüss. Nein? Oh! Ach doch, Team Room, auf jeden Fall. Ich auch. Ja, doch, auf jeden Fall. Äh, Sender, tschüss! Tschüss! Ciao!